Gibt's hier irgendwo einen High Industrial Spawn? Ja, sogar drei, ja. Können wir die nicht nehmen? Wir brauchen ja eh Industrial Kram. Ja, wir können da gerne hin. Dann können die Zuschauer nämlich auch mal sehen, was denn sonst noch so bei DayZ Origins gemacht wird. Es besteht ja nicht nur aus Schießen und aus Kämpfen, zwar größtenteils, aber wir müssen ja auch Material sammeln. Was wir eigentlich hauptsächlich tun. Richtig. Wir sollten ja alle Aspekte des Spiels mal zeigen. Enttäuschung. Deswegen wollt ihr mich sterben sehen. Du fliehst Wolken gegen den Turm. Teji. Okay, jetzt wird's hier sein, Guter. Ja. Oder sagen wir zu dem Doppelten? Na, lieber zu dem Doppelten. Der Doppelte ist besser. Wo war der nochmal? Ein Stück weit dahinter, beim großen Krankenhaus dahinten. Da, ne? Ja. Ich glaub sogar noch hinter der Statue. Es gibt hier nicht mehr Zombies. Ist das der Punkt hier, wo ich... Nee. Wo sind wir hier? Sabine. Oh, die schöne Stadt. Wieso nehmen wir denn den Heli nicht mit als Schutz? Bei wem kann ich mir Penkelas rausnehmen? Äh, bei jemand anders. Hubschrauberstudios sind nur Hubschrauber rein, die Sachen. Ich brauch' ja ein bisschen Platz. Ich muss mich hier erstmal grad an die neue Tastatur gewöhnen. An die alte neue Tastatur. Ich geh mal hier auf den Bürgersteig, da wird man weniger gut gehört. Aber da sind auch schon Zombies. Nein. Das heißt, die werden jetzt auf uns zukommen. Oh nein. Direkten Patient Zero. Was soll denn das? Jetzt laufe ich wieder wie eine besenkte Sau hier durch die Gegend. Aber hier in den Gebäuden können die nicht, äh... Brennen, ja. Gut. Das war meine Frage. Die du, äh, sehr gut weitergeführt hast. Ich möchte, wir sind nur zu nah dran. Hier ist noch überhaupt nichts, äh, gespawnt. Ja, ich hab's gesehen. Ich hoffe, das war, äh, ein Zombie. Hoch. Mit was schießt ihr da? Mit der FN Star, ja. Und dann sagen, äh... Die, äh... Die Enfield wär ne Dinnerbell. Wenn die Lee Enfield ne Dinnerbell ist, dann ist deine Waffe aber, äh... Dinner Alarm. Big Ben. Ja. Dinner Big Ben. Ich laufe mal ein bisschen panisch durch die Gegend. Ja, Zombie hat sich dann da gerade am Heli vergriffen. Das bin immer noch ich. Ich versuche gerade aufs Inventar zuzugreifen, aber es geht ums Verrecken nicht. Ja, geh doch in den Heli rein. Hinten, äh, hab ich schon. Hinten ans Heck. Hinten ans Heck. Dann musst du auf M drücken, dann auf Units. Dann kannst du auf dein Gear zugreifen. Ja. Ist da hinten ein Golf? Hier ist was gespawnt. What do we have here? Pepsi! Völlig ohne Werbung. Haben wir hier eine Pepsi gefunden. Cola, Mountain Dew. Andere Cola und Diabetes Getränke sind ebenfalls erhältlich. Diabetes Getränk ist ein schöner Begriff. Ich habe eine Pickaxe gefunden. Hurra! Ich werde sie jetzt mal mitnehmen. Deiner Antiterror-Ausrüstung sieht man gar nicht mehr, dass du schwarz bist. Weil ihr beide jetzt schwarz seid. Ich kann euch gar nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß gar nicht, wem ich jetzt ins Knie schießen soll und wen ich mögen soll. Das war der Plan, nicht wahr? Warum nicht? Ein bisschen was von beiden. Ich soll also auf beide schießen? Du sollst auf beide schießen und dann beide ein bisschen liebhaben. Zum Beispiel mit der Pickaxe, ja. Das klingt ja ein wenig nekrophil, aber ich glaube, das kann ich. Ja. Ich habe ja schon was gefunden. Und ihr? Ja. Was denn? Karmeluft? Und Scrap Metal. Ich habe eine Dose Pepsi gefunden. Ach ja, was zu essen habe ich auch noch gefunden. Ich finde irgendwie gar nichts. Ich habe einen Jerry-Kenn gefunden. Ich habe einen Rosti gefunden. Den habe ich auch gerade schon gefunden, ja. Den habe ich schon viel früher gefunden. Ja, ja, ihr seid alle toll. Ich weiß. Ich habe den Größten. Nein, ich habe den Größten. Natürlich. Wollen wir mal hier bei der Wahrheit... Wollen wir mal hier bei der Wahrheit bleiben. Okay, ich würde sagen, dieser Platz ist nicht so effektiv. Wo geht es zum nächsten? Ach, ich laufe einfach mal den Männern hinterher. Keine NPCs, keine Zombies. Ich bin sehr enttäuscht. Ihr seht Zombies. Es sind ganz viele Zombies. Oh. Don't shoot, don't shoot. I'm friendly. Sind hier Zombies auf dem großen Platz? Ähm, nein. Das ist auch ein tolles Auto. Warum ist da hinten Licht an? Ach, Straßenlampe. So einen haben wir noch gar nicht, glaube ich. Ach doch, haben wir mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Nee, das ist... Nee, haben wir nicht. Das ist ein hässlicher... Äh, ein hässlicher L. Den hässlichen L haben wir schon. Wo seid ihr eigentlich? Auf dem großen Platz. Und ich bin ein Hubschrauber. Ich würde gerne auf irgendwas schießen, aber hier ist nichts. Auf was schießt ihr da hinten? Auf euch gegenseitig? Zombies. Wo sind die denn? Da, wo du nicht bist. Das ist mir schon bewusst. Die sind hier, äh... Am Industrial? Am Rosti vorbei. Ja, ja. Deine Nähe. Oh, ich sehe ich, aber keine Zombies. Sind ja auch alle tot. Alle tot. Sie sind alle tot. Wie sie alle über das Ding drüber klettern und man hier einfach hergehen kann, aber egal. Kann ich auf ein kaputtes Auto schießen und das explodiert dann? Kannst du machen, ja. Soll ich das machen? Wenn du unbedingt deiner Zerstörungsgut freien Lauf lassen willst, kannst du das machen. Okay. Dann schieße ich auf den hässlichen L. Tu es. Ja, da musst du schon ein bisschen mehr schießen als... Ja! Ich habe auf den hässlichen... Kannst du jetzt auch mit dem anderen Bauch Pimmler machen, na? Der hält ein bisschen mehr aus. Der will nicht. Oh, es reicht, wenn der hässliche L brennt. Uh, er brennt. Oh, sie brennen beide. Ach, diese Zerstörungswut. Ich mache mal mein Nachtsichtgerät aus. Das ist ein bisschen, äh... Terroristentier. Oh, es ist ja auch schon wieder fast hell. Ach, das ist schön. Lagerfeuer, Marshmallows, Stockbrot. Kinderschreien, Menschen, Bluten. Findet ihr die Stimmung jetzt nicht irgendwie ein bisschen heimlich? Total romantisch. Heimlich, hatte ich jetzt gesagt. Wo soll ich jetzt hinfliegen? Zum nächsten Industrial. Das ist auch irgendwas, was wir erkunden möchten und bis jetzt nicht besucht haben. Wir könnten... Naja, wir haben ja eigentlich das Wichtigste. Da haben wir jetzt ja alles schon gesehen, aber, ähm... Naja... Naja, wir könnten hier noch in die U-Bahn gehen. In die U-Bahn? Ja, es gibt hier so einen großen Bahntunnel. Dort sollen auch NPCs sein. Wo ist denn da? Eingang dazu? Da müssen wir noch ein Stück nach Norden fliegen. Dort, wo die Schienen sind.